Hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, da ist ja schon wieder der Lutze. Schon wieder Montag, so schnell geht's. War ja letzte Woche erst Montag, diese Woche schon wieder Montag immer wieder dasselbe. Die Ferien sind zu Ende und die Sommerzeit auch bald. Am Sonntag heißt es wieder die Uhr zurückstellen um eine Stunde. Dann geht's in die Winterzeit und dann dauert es nicht mehr lange. Dann haben wir fast wieder Sommerzeit. Ist ja nur ein halbes Jahr. Dann haben wir wieder warmes Wetter. Jo, was ist los? Was kommt? Was war gewesen? Als erstes der 26.10. Das ist Samstag diese Woche. Da ist wieder so viel los in Borgheide, weiß man gar nicht, wo man zuerst hinrennen soll. Wir fangen einfach mal an mit Edda, der besondere Abend. Diesmal ein Konzert im Hotel Fliegerheim wieder. Ein Tritt ist frei, damit jeder, der möchte, unabhängig vom Geldbeutel, die Veranstaltung besuchen kann. Und die Gemeinschaft sammelt ja doch immer, oder Edda sammelt immer eine Spende. Und wie sie schreibt, ist, das ist die Solidargemeinschaft für das Spendenaufkommen mehr oder weniger verantwortlich. Und da kommt wohl immer ein wenig gutes Geld zusammen. Ja, was ist da einfach los? Natürlich der Countertenor Nils Wanderer kommt nach Borgheide. Mit ihm ist Barockmusik immer vital und spannend. Begleitet wird er von Tabea Hubert mit Cello und Bastian Ulich Cembalo. Das Ganze natürlich, wie gesagt, um 17 Uhr im Hotel Fliegerheim in Borgheide. Ebenfalls am Samstag, und zwar ab 19 Uhr in der Gaststätte am Waldbad, ist wieder der beliebte DART-Abend dran. Wer da Lust hat, geht einfach, wie gesagt, auch ab 19 Uhr hin. Und die nächste Veranstaltung, auch am 26.10., lädt die Hans-Grade-Gesellschaft im Rahmen der Aktion Feuer und Flamme für unsere Museen von 13 bis 20 Uhr zur letzten Präsentation des Hans-Grade-Sommers 2019 an. Da wird der Grill angezündet, da gibt es Getränke, man kann das Flugzeug besichtigen, es gibt Zeitzeugen der Landung der IL-18. Und wenn alles gut geht, ist auch das Hans-Grade-Auto aus Borgheide von Rudi Lapön vor Ort. Das ist noch ein bisschen wackelig, weil der Rudi leider ins Krankenhaus muss, kurzzeitig zu einer Untersuchung. Aber er gibt sich Mühe, rechtzeitig wieder da zu sein und das Auto zum Anfassen mal zum Besichtigen und Anfassen dort hinzustellen. Jedenfalls wünschen wir ihm alles Gute auch für seine Untersuchung, dass es in Ordnung ist. Es sind ja auch Matze und Lutze da, also wir beide von BNTV, wir übernehmen ein wenig die Moderation und machen ein bisschen Mucke dort vor Ort und freuen uns auf euch. Kommt einfach zu Hauf zur letzten Veranstaltung der Hans-Grade-Gesellschaft. So, weitere Termine in Borgheide habe ich ja auch noch zur Verfügung, und zwar der 6.11. Das ist natürlich logischerweise im November, die zweite Vorbereitungsveranstaltung für den Weihnachtsmarkt im Waldbad. Am 22.11. gibt es die nächste große Party, das ist die obligate herbstliche Glühweinveranstaltung von Borgheide News TV, also wie er höchst selbst, mit Bratwurst und Getränken im Jugendclub Borgheide. Und auch da freuen wir uns natürlich wieder, wenn ihr massig dort erscheint. Und am 14.12. ist der Weihnachtsmarkt im Waldbad Borgheide schon wieder angesagt. Und wenn das vorbei ist, ja, dann sind die privaten Weihnachtsfeiern noch. Und im neuen Jahr geht es gleich weiter, am 01.01. mit dem traditionellen Eisbaden ebenfalls im Waldbad Borgheide. Soviel erstmal zu den Terminen. Ich hoffe, ich habe hier nicht groß was verschwitzt. Kommen wir gleich mal zum Sport, und zwar Fußball. Ja, Fußball, Borgheide hat gespielt gegen Turbine 1 Potsdam in Borgheide. Und ja, man könnte fast sagen, die haben endlich mal verloren. Was heißt endlich mal? Die müssen auch mal verlieren. 3 zu 6 haben sie leider verloren. Das hat aber noch nicht zu sagen. Wir hören einfach mal, was der Trainer dazu sagt. Bitte. Läuft? Keine Ahnung. Was soll ich das? Hase. Ha! Schatzilein. Und? Fang an. Borgheide, Fußballspiel, Sonntag. Oktober. Die Sonne lacht. Äh, wo ist der Trainer? Trainer, komm her! Junge, komm, wir tauschen mal. Du weißt mal, wie schwer Fotografie ist. Ich halte den so lange. Ja? Merkst du das im Arm? Ja. Ja? Ja, und heute musstest du ganz schön häufig halten, ne? Ich habe das Maskottchen hier und das Mikrofon. Mein lieber Markus, das Spiel ist diesmal nicht ganz so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben gegen den Absteiger drei Tore geschossen. Ja, das ist positiv, genau. Ja, wir haben, und das ist nicht aus Kreisliga abgestiegen, gute Mannschaft, sehr gute Mannschaft. Heute verdient der Sieger hier auf dem Platz. Und ja, wir haben drei Tore geschossen. Bisschen glücklich vielleicht auch das eine oder andere, aber grundsätzlich haben wir nicht aufgegeben, haben gekämpft. Aber wir haben heute insgesamt kein gutes Spiel gemacht, viel zu viele Fehler gemacht und dadurch einfach den Gegner eingeladen. Und das ging mit dem ersten Tor in der dritten Minute los mit dem Fehlpass und das haben wir leider im kompletten Spiel auch nicht abstellen können. Das war im Grunde genommen dann auch das Fazit, warum wir bis zum Ende ja leider dann auch ganz am Ende nochmal 90. Jahr nochmal einen reingekriegt haben. Unnötig, aber ist halt dann so. Das muss man dann akzeptieren. Genau, 3 zu 6 haben wir verloren. Das ist allerdings das erste Mal in der Hinrunde dieser Saison. Das heißt, es hat eigentlich noch gar nichts zu sagen. Das heißt, wir sind noch voll im Geschäft. Ja, also wir müssen bei aller Euphorie, muss man natürlich auch einfach mal wieder sagen, wir sind Aufsteiger. Wir sind ein Aufsteiger, der sich auch immer noch, auch wenn es jetzt schon ein bisschen länger ist, sozusagen neu gegründet hat mit zusammengewürfelter Mannschaft. Wir haben im Moment heute sozusagen Stand 8 Leute zu beklagen, die wir durch Verletzungen oder dann jetzt auch gerade Urlaub sozusagen nicht bei uns haben. Und einer hat sich zusätzlich heute verletzt, was natürlich sehr traurig ist. Und wir hatten jetzt auch eine lange Pause. Das heißt, wir haben natürlich auch zu kämpfen, damit zu sagen, können wir die immer kompensieren, wenn sich jemand verletzt? Haben wir einen Rhythmus drin? Nein, den haben wir im Moment nicht drin. Und das muss man, darf man nicht vergessen. Das ist immer wieder so und das dürfen wir auch nicht vergessen bei der ganzen Euphorie. Und am Ende ist das ja nichts Unnormales, was jetzt passiert ist. Ich meine, wir haben 2019 das erste Pflichtspiel verloren. Also das erste Pflichtspiel im Liga-Betrieb. Und das am 20. Oktober. Das ist doch eine Top-Leistung bis hierhin. Und dass das irgendwann kommt, war ja klar. Genau. Ich neige jetzt auch nicht dazu, das zu verurteilen, weil ich habe ja wirklich eigentlich auch ein schönes Spiel gesehen. Natürlich hauptsächlich in der zweiten Halbzeit, wo so wirklich dann nochmal richtig Druck reinkam. Und jetzt muss ich sagen, ich sage immer noch, ich habe ja nicht so viel Ahnung von Fußball, aber ich habe trotzdem ein schönes Spiel gesehen. Ich habe gesehen, dass die Mannschaft gekämpft hat. Und ich muss mal sagen, jetzt mal von meiner Warte aus. Jungs, ihr seid so geil, was ihr hier mit Bockheide und mit eurem Fußballspiel macht. Lasst die Köpfe nicht hängen, nur weil ihr ein Spiel seit wann verloren habt? Ja, also wie gesagt, seit Anfang des Jahres. Das ist das erste, wie gesagt, Pokalspiel zwischendurch verloren. Aber das ist jetzt nicht so entscheidend, sondern es geht um Liga-Betrieb. Darauf bereiten wir uns vor von Woche zu Woche. Und das ist jetzt das erste Spiel. Ja, die komplette Rückrunde nicht verloren letzte Saison und jetzt bisher fünf Spiele nicht verloren. No, jetzt ist es das erste. Gut, wir wollen es nicht so weit auswerten. Wir haben dieses Spiel leider nicht gewonnen. Wir haben diesmal einen Punkt verloren. Das ist allerdings, wie gesagt, nochmal das erste Mal, dass wir einen Punkt nicht hier halten konnten. Wir haben das nächste Wochenende wieder ein Spiel hier auf heimischem Sportgelände. Und du hast noch so ein Anliegen, was du gerne an die Bockheide loswerden möchtest. Genau. Also ich wünsche mir von der sowieso immer wiederkehrenden Unterstützung der Fans sozusagen nächste Woche am liebsten noch ein bisschen mehr Unterstützung. Selbst wenn man vielleicht Fußball nicht so mag. Wir werden hoffentlich wieder so ein schönes Wetter bestellen. Kommt einfach vorbei. Es gibt einen lieben Menschen in Bockheide, der gestorben ist und im Moment leider so unglücklich, dass er noch im Ausland ist. Und wir die Überführung halt oder beziehungsweise die Familie die Überführung selber bezahlen muss. Wir als Mannschaft, Bockheide SV Herrenmannschaft, unterstützen eine Spendenaktion für nächste Woche. Wir werden also beim Heimspiel Spendengelder sammeln, um die Familie zu unterstützen. Und da würden wir uns freuen, wenn viele dabei sind. So, ihr habt es gehört. Also kommt zu Hauf am nächsten Wochenende. Wir spielen übrigens gegen wen nächstes Wochenende? Ich weiß es gar nicht. Du weißt es gar nicht. Ich gucke mich. Ich konnte erst, wenn das eine Spiel rum ist, gucke ich wieder gegen wen wir das nächste spielen. Ich blende das hier noch mit ein gegen wen. Wir spielen. Wir haben es nicht immer auf dem Plan, weil wir sind immer mit dem Spiel beschäftigt, was hier gerade läuft. Wie gesagt, wir würden uns tatsächlich über ganz viel Fan-Trupp... Was ist das denn? Frau Lok Sedin, das nächste Woche übrigens. Darf ich mich mal einmischen kurz? Damit brauchst du es nicht mehr einblenden. Da habe ich dir ein bisschen Arbeit genommen, weil ich jetzt einblenden muss. Sehr gut. Wer? Sedin kommt. Ich. Lok Sedin kommt. Genau. Lok Sedin kommt und wie gesagt, kommt zu Hauf. Es geht darum, auch hier in Bockheide Sozialarbeit zu leisten und Menschen zu unterstützen, die es gerade im Moment nicht so leicht haben. Und da sind Fußballspiele sowas von marginal. Aber wir haben zwar verloren, aber nicht wirklich. Oder? Ja, ergebnisstechnisch schon. Und es ist auch ärgerlich. Wir ärgern uns wirklich. Also es ist jetzt nicht, dass wir es einfach so hinnehmen. Aber wir ärgern uns. Aber wir haben gegen einen starken Gegner verloren und wir wissen, was wir falsch gemacht haben. Und daran können wir arbeiten. Und was wir damit tun. Weil ich noch sagen wollte, ich habe ja keine Ahnung. Aber das ist doch eigentlich rein technisch, das sind zwei Ligen Unterschied, oder? Aufsteiger gegen Absteiger. Nein, alles cool. Wir wünschen euch alles Gute hier. Das war's. Wir machen hier einen Cut. Wir sehen uns wieder am nächsten Wochenende, am Sonntag wieder ab 14 Uhr. Wir haben Winterzeit hier auf dem Fußballplatz, hier in Bockheide auf unserem Sportplatz. Und bitte bringt eure Freunde und Gäste mit und spendet bitte für die Familie, die es ganz dringend nötig hat. Wie Markus schon sagte und die Fußballmannschaft steht komplett dahinter. Und natürlich wir von Bockheide News TV ebenso. herzlichen Glückwunsch für den Nicht-Gewinn. Oder wie sagt man das? Kann man da beglückwünschen für? Nein, das war cool. Nein, das war nicht. Das war schön. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Ja, man kann, wenn man... Die Kamera ist schwer, ne? Die Kamera kann man nicht abfetzen. Alles gut, danke euch. Tschüss. Ja, warum schreien die so? Weiß ich nicht. Die feiern ihren Abstieg aus der letzten Saison. Ja, danke Markus für deine Einschätzung und natürlich auch für deinen Aufruf. Also wird das nächste Fußballspiel hier in Bockheide auf dem Fußballplatz sozusagen eine Benefizveranstaltung, womit wir die Familie unseres verstorbenen Gemeindemitglieds Micha etwas unterstützen wollen. Das heißt, wer möchte, kommt einfach mit zum Fußballspiel nächste Woche gegen Sedin. Und wir schauen, ob wir den Platz nicht voll bekommen und die Familie mit einer Spende ordentlich unterstützen können. Ja, das war es eigentlich soweit erstmal dazu. Jetzt fehlt uns nur noch das Wetter, Matze. Jetzt bist du wieder mal dran. Hallo Lütze, hallo Bockheide, hallo Welt. Montag ist geschafft, Zeit fürs Wetter. Kommende Woche droht uns eine schöne Herbstwoche mit ein wenig Sonnenschein. Und manchmal ein paar Wölkchen, aber so gut wie keinem Regen. Es bleibt um die 18 Grad in der Woche und nachts so um die 10 bis 11 Grad. Das war es. Schöne Woche gewünscht. Tschüss. Ja, vielen Dank, Matze. Wir werden sehen, ob das wirklich so eintrifft, wie du gesagt hast. Und das war es jetzt auch schon wieder hier bei Bockheide News TV. Ich denke mal, wir sehen uns wieder am nächsten Samstag, wenn ihr wollt, bei der Veranstaltung auf dem Flugplatz beziehungsweise sonst am Montag, wie immer hier bei Bockheide News TV auf unserem YouTube-Kanal. Bis dahin alles Gute, wie immer euer Lutze. Und tschüss. Bis dahin alles Gute, bis dahin alles Gute, bis dahin alles Gute. Bis dahin alles Gute, bis dahin alles Gute.